Musik Hey, herzlich willkommen im Gewölbekerl der Musikschule. Mein Name ist Oliver Locherer, ich bin Schlagzeuglehrer hier an der Musikschule in Süßen. Aktuell haben wir alle ein bisschen mehr Zeit als gewöhnlich, deshalb mach's wie ich und üb. Nutzt eure Zeit sinnvoll und vergesst nicht zu zählen. In diesem Sinne, Ja!